Holt der FC Bayern Joshua Zirkzeh noch in diesem Sommer zurück nach München? Welchen Bayern-Star möchte Hansi Flick zu sich nach Barcelona locken? Und was hat eigentlich der BVB mit Herthas Fabian Reze zu tun? Ihr kennt das Ganze, freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Alle Infos ihr braucht immer hier, kurz und kompakt. Falls euch das Ganze natürlich gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abonnement. Schreibt mir außerdem auch sehr gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und wir starten natürlich auch direkt rein. Es geht um den BVB, auch wenn der volle Fokus auf dem heutigen Champions-League-Finale liegt, ist natürlich auch die Kaderplanung im Hintergrund schon seit Wochen am Laufen. Mittlerweile sind schon einige Abgänge bekannt, auch auf der Einkaufsliste ist der BVB sehr fleißig gewesen. Und jetzt gibt es tatsächlich auch einen sehr, sehr spannenden Bericht. Der bringt nämlich Herthas Fabian Reze mit dem BVB in Verbindung. Das ist natürlich kein Geheimnis, Reze ist einer der spannendsten Akteure in der zweiten Bundesligasaison gewesen. Mit 30 Scorer-Punkten in wettbewerbsübergreifend 35 Spielen ist er natürlich auch ein ganz heißer Kandidat für viele andere Vereine. Aber hier wird es eigentlich erst spannend, weil die mögliche Verpflichtung von Fabian Reze hängt nämlich mit Ian Matzen zusammen. Auch darüber haben wir in den letzten Videos schon ausgiebig gesprochen. Es ist kein Geheimnis mehr, der BVB möchte alles daran setzen, um Ian Matzen auch über die Saison hinaus behalten zu können. Er hat eine super Entwicklung hingelegt, hat gezeigt, dass er genau die Stärken mitbringt, die der BVB aktuell braucht. Trotzdem kann man sich aufgrund der hohen Ablösesumme nicht darauf verlassen, dass sein Transfer im Sommer wirklich zustande kommt. Und genau da kommt nämlich Fabian Reze ins Spiel, weil wie berichtet wird, sehen die Dortmunder ihn dann doch eher ein bisschen defensiv ausgerichtet und könnten sich vorstellen, dass er der perfekte Nachfolger von Ian Matzen wäre. Und aufgrund seiner dann doch geringen Ablösesumme von gerade einmal 5 bis 6 Millionen Euro wird er natürlich noch ein viel interessanterer Kandidat für die Dortmunder. Also da muss man für den Moment natürlich noch auf die Bremse treten. Wie gesagt, der volle Fokus liegt erstmal auf dem Champions-League-Finale. Im Idealfall möchte man Ian Matzen über die Saison hinaus verpflichten. Fabian Reze ist dann wirklich bloß eine Alternative, wenn der Transfer nicht klappen sollte. Aber der BVB hat Fabian Reze auf jeden Fall auf dem Zettel und ein möglicher Transfer könnte in den nächsten Tagen und Wochen dann vielleicht doch noch ganz konkret werden. Ja, und dann kommen wir auch zu einem ganz, ganz spannenden Bericht. Der bringt nämlich Joshua Zirkzee mit einer Rückkehr zum FC Bayern in Verbindung. Über Zirkzee haben wir ja schon vor einigen Wochen gesprochen. Er ist natürlich aufgrund seiner wirklich starken Leistungen mit dem FC Bologna ein ganz, ganz interessanter Kandidat für viele europäische Topklubs geworden. 15 Scorer-Punkte in 34 Liga-Einsätzen sind natürlich auch ein ganz großer Faktor dafür, dass sich Bologna für die diesjährige Champions League qualifizieren konnte. Ja, und auch das ist bekannt. Die Bayern haben sich damals beim Verkauf von Zirkzee eine Rückkaufoption gesichert. Man hat die Möglichkeit, ihn für ca. 20 bis 25 Millionen Euro nach München zurückzubringen. Und das ist natürlich extrem verlockend. Alleine schon die Tatsache, dass Erik-Maxim Tschupo-Moting die Bayern zum Saisonende verlassen hat, ist es natürlich auch auf dieser Position durchaus denkbar, dass die Bayern nochmal nachlegen werden. Ja, und in den letzten Stunden wurde berichtet, dass die Chancen auf eine mögliche Rückkehr von Zirkzee natürlich auch aufgrund von Vincent Kompany nochmal extrem gestiegen sein sollen. Kompany kennt Zirkzee noch aus der gemeinsamen Zeit bei Anderlecht und nachdem er selbst auch immer mal wieder mit zwei Stürmern gespielt hat, ist es natürlich auch durchaus denkbar, dass wir Harry Kane und Joshua Zirkzee gemeinsam im Sturm sehen. Aber da kann man für den Moment erstmal einen Gang runterschalten, weil wie jetzt berichtet wird, sollen die Bayern sich nicht konkret mit einer möglichen Rückkehr befassen. Man hat natürlich mit Mattis Tell schon in den eigenen Reihen einen absoluten Superstar, der diese Position bekleiden kann. Zirkzee selbst fühlt sich auch sehr wohl in Italien, also es ist auch durchaus denkbar, dass er sich vielleicht einem größeren italienischen Verein anschließt. Da wird es natürlich auch darauf ankommen, mit welchem System Vincent Kompany spielen möchte. Sollte er mit zwei Stürmern spielen wollen, ist es auch durchaus denkbar, dass die Bayern vielleicht Richtung Seru Girassi schauen. Deswegen auch hier mal abwarten, aber zum aktuellen Zeitpunkt scheint es dann doch eher unwahrscheinlich, dass Joshua Zirkzee zurück nach München kommen wird. Ja und wenn wir dann natürlich schon über die möglichen Neuzugänge beim FC Bayern sprechen, dann müssen wir uns natürlich auch ganz kurz über die möglichen Abgänge unterhalten. Auch das ist ganz klar, der FC Bayern möchte und muss natürlich auch den ein oder anderen Spieler im Sommer verkaufen, um einfach diesen Umbruch zu bewerkstelligen. Ja und nach dem diese Woche bekannt gewordenen Engagement von Hansi Flick beim FC Barcelona, gibt es selbstverständlich einige Spekulationen über mögliche Abgänge zu den Katalanen. Hansi Flick kennt natürlich immer noch einige Superstars an der Säbener Straße durch die gemeinsame erfolgreiche Zeit bis 2021. Und berichten zufolge soll Hansi Flick sich wirklich dafür interessieren, Kingsley Coman zu den Katalanen zu locken. Coman, der aufgrund seiner Verletzungen eine wirklich mehr als unglückliche Saison hatte, konnte nicht zeigen, wie wichtig er für die Münchner sein kann. Wie es heißt, sollen auch die Bayern bereit dazu sein, getrennte Wege mit ihm zu gehen, sofern natürlich ein richtiges Angebot reinkommt. Aufgrund der schweren finanziellen Situation des FC Barcelona soll berichten zufolge sogar ein Tauschgeschäft im Gespräch stehen. Auch das ist kein Geheimnis, der FC Bayern beschäftigt sich schon seit Monaten mit Uruguay-Star Ronald Araujo. Also auch da kann man natürlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr tun, als abzuwarten, aber sollte Hansi Flick darauf bestehen, dass Kingsley Coman zu den Katalanen wechselt, ist es durchaus denkbar, dass sie sich mit den Bayern einigen werden. Da bin ich auf jeden Fall mal auf eure Meinung gespannt. Sollten die Bayern sofern möglich ein Tauschgeschäft zwischen Coman und Araujo eingehen? Meint ihr, das ist genau das, was die Münchner brauchen, oder sollte man sich dann vielleicht doch eher anderweitig umschauen? Ja, und dann müssen wir auch noch ganz kurz über Alfonso Davis sprechen. Es könnte durchaus sein, dass das ganze Drama endlich ein Ende hat. Im Winter hieß es ja noch, er ist kurz davor, zu Real Madrid zu wechseln. Mittlerweile ist klar, die Königlichen zeigen nicht mehr das große Interesse, wie vielleicht noch vor einigen Monaten. Davis hat noch Vertrag bis 2025. Die Bayern wollen natürlich auch verhindern, dass er ablösefrei geht. Bis jetzt hieß es immer, dass er 20 Millionen Euro Jahresgehalt fordert, ansonsten wird er seinen Vertrag nicht verlängern. Das Ganze könnte sich jetzt aber ein bisschen ändern. Grund dafür, ihr könnt euch vielleicht schon denken, ist natürlich Vincent Kompany. Der soll intern hinterlegt haben, dass er auch gerne mit Alfonso Davis weiterarbeiten möchte. Er sieht ihn scheinbar als ganz wichtigen Faktor für die Mannschaft und dementsprechend sieht es auch danach aus, als würden die Bayern sich mit ihm einigen können. Es soll, wie es heißt, in den letzten Tagen auch schon einige Gespräche zwischen Davis, seinem Management und natürlich auch den Bayern gegeben haben. Da ist man natürlich immer noch sehr weit von einer Einigung entfernt, weil die Vertragsgespräche einfach in den letzten Wochen nicht stattgefunden haben. Sollte sich Davis dazu entscheiden, weiterhin bei den Münchnern zu bleiben, dann muss er natürlich auch akzeptieren, dass er keine 20 Millionen Euro Jahresgehalt bekommt. Aber wenn Vincent Kompany ihm natürlich einen klaren Plan vorlegt, wie er mit ihm weitermachen möchte, dann ist es durchaus denkbar, dass es doch noch eine versöhnliche Einigung gibt. Ansonsten war es aber auch direkt schon wieder von mir. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Vielen lieben Dank, dass ihr am Start wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.